ja wir müssen alle schlafen geht das kann ich wir müssen alle schlafen gehen äh ich hab auch nicht nur im Bett warum hast du eigentlich alle Betten abgebaut ich weiß ich wollte woanders hinstellen ich bin da war das nicht so schlimm ja da ist noch ein Bett brauchen das hast du gerade alles schon rausgenommen wo kann ich denn kein Zubequesten ich hab dann auch er bau mal ein Wettbewerb auch für mich das machen es kann ich dir keine Hose gebrauchen kommt nicht die Gäste auf der Komite Julian ich bin Monster kommen und du kriegst mich jetzt auch nicht doch nein ich möchte Monster fahren kommt er da wird oder auch für eine Moskette ich kann es daher stellen waren die Kirchen da wird schnell schnell ja ich mache es nicht mit ja ich komme nein Julian du kriegst mich nicht sonst sonst zerstört ich alles so bitte schön ok ich kann jetzt Schwarzpulver herstellen wenn du willst was Schwarzpulver ja gut ich hätte gesagt warum machst du das David warte ich stelle die Rechte hin ich brauche eigentlich ziemlich viel Schwarzpulver für die ganzen Kugeln okay warte gib mir das alles ja Schwarz du hast grad Schwarz gesagt ja wieviel brauchst du 5 Stacks nur mindestens nein warte ganz kurz ich brauche halt viel Munition für meine Müsli-Käte warte hier sind zwei Stecks Schwarzpulver wo 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 ich komme wo bist du warte ich hole das ist ein Juli Auergerad ein Hochband wo Julian wo bist du da warte äh hier hier und da oh ich will bitte schön So, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, genau, aus den Maschinen rausnehmen. So, und so, obwohl wir es überhaupt nicht mehr brauchen. Egal. Hier haben wir vier Stacks, fünf Stacks, also kommt das da wieder rein. Okay, dann die Kabel hier, die ganzen Kabel. Kabel-Salat. Ich hab's so gewusst, was du ihn trinkst. Okay, ich brauche mal ein Stack, Batterien. Das geht nicht so weiter, Lohle. Meine Witze war unlustig, aber sie dürfen nicht berechenbar sein. Aber ganz ehrlich, wenn ich so oft schlechte Witzen zu machen, dann sind berechenbar. Und, bumm. Stack davon, dann so, und all zwei, drei. Das sieht auch schick aus. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Auf jeden Fall. Ich lieg ganz oben, ja. Ja, klar, wenn du willst. Oh, scheinlich, wenn du willst. Oh, scheinlich, wenn du willst. Ich brauche noch Leiter. Was? Oh, noch Leiter. Ich brauche noch Leiter. Ich brauche noch Leiter. Ich brauche noch zwei. Ah, dann muss ich die andere noch mal abbauen. Sonst geht das nicht. Äh. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Die sind keine Betten mehr. Äh, dann craft dir noch welche. Okay, haben wir noch Wolle? Wolle. 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 bist du behindert mein bett steht noch guck mal oh scheitern fast fast bist du behindert lol das alter wie viel wo ist mein bett alter leid bist du behindert wer jetzt die black hole chest in die luft gelungen hat mir gar keine items mehr ne ich weiß ich habe das extra so gemacht jetzt fehlen mir schon wieder zwei toll lennart die black hole chest wenn die explodiert getroppt die keine items ich weiß deswegen weiß ich weiß aber trotzdem ich weiß ich weiß dass ich es nicht das war weil ihr mich nicht beachtet habt weil er nicht dich nicht beachtet ja jetzt auf einmal so guck du sagst doch auch immer ich hab's in der aufnahme jetzt guck mir aufnahmen nach ja hier hat mich die ganze Zeit nicht beachtet ja weil ich hatte das besseres zu tun hatte ich meine schlaft hat was besseres tun julian ja das ist halt so ich bin es langsam leid 9 Juli als solcher was machen ernsthaft aber nicht in minecraft sondern was richtig fieses was denn das sieht auch schön um nämlich was zu sagen was du rausschneiden muss genau der rehmliche kommst schon so reist und sie ab und du hast das рублей ja es ist aber auch so sehr tief insidecs das scheiße was denn nein er möchte einfach irgendwas sagen was rausschneiden muss aber das scheiße weil der verdächtigt so dann wenn ich ich hab heute schon fast vergessen dass es nicht beim anderen auszuschneiden das eigentlich gesagt habe das ein göstergesagt ja das ja gleich abend war blatt 3 ein alter das war es meine schönheit kaputt gemacht ich habe die betten wieder ganz hart darum habe ich jetzt noch zwei weitere gemacht ich brauche schon noch ein bisschen gold heute sind die leiter noch weg ich mache mal neue Kabel aber ist mir egal Alter schießt du gerade auf mich? wer? Alter! was? wer hat wen erschossen? achso ja klar warum wer hat? oh ne jetzt kann ich da hinrennen toll ey david ich kann nicht kurz tp'n ne 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 tp'n ist nicht erlaubt ah scheiße stimmt ja ich entschuldigung david ich wollte für christian üben ja der hat mich letztens ausgelacht weil ich den nie getroffen hab toll jetzt ist der aufweg auch weg ach ne wo bist du denn? bist du schon da? ich bin fast da Leute wie bist du so schnell da? ich springe ich springe hä? wo spawnst du denn? da wo wir gespawnt am spawnen hä aber so schnell bist du doch nicht da? doch ich kenn den weg ja mittlerweile ich finde ich muss dir den ja oft genug gehen ich verschwinde ich verschwinde das ist ja auch egal so wir wald mal wieder genug haben an strom hier Julian kannst du mir wieder essen geben? Du musst, äh, die leeren Dinger, die du gekriegt hast, musst du äh, dieser Caring-Maschine So meine Sachen Äh, hat Leonard aufgesammelt, soweit ich weiß Nein, ich hab die nicht aufgesammelt, die liegen da alle noch Äh, Julian, kannst du nicht mal das Feld wieder abernten? Warum denn ich? Du konntest das doch auch machen Nein Hä, wo ist mein Jetpack? Du konntest das nicht machen, Leonard Wieso ist das andere auch mein Jetpack weg, wenn ich gekillt werde? Der Jetpack ist hier ganz oben Das liegt da drauf Oh Gott Gut, dann würde ich sagen Ich, als nächstes mach ich da mal die Solarpanel-automatische Dingens-Teil-Zeug Was? Du bist mein Jetpacker, dann Weiß ich nicht Dann kannst du nicht kurz das Feld noch abernten Warum kannst du das denn nicht machen? Weil er beschäftigt Was? Weil er beschäftigt ist äh, Dinger hin, Dosen Warte, 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 ich zeigte kurz Leonard, also die leeren Dosen, also hier die ganz rechte Maschinen tust du unten die leeren Dosen rein und nein, und und oben tust du einfach irgendwas zu essen rein dann fühlt sich das automatisch, aber kein Essen kannst du nicht kurz vorhören Warte, 1, 2, 3, 4, hab grad ein paar Melonen dabei Das ist jetzt genug So Also bei einer Möhre kriegst du mal zwei raus, bei einer Melone 1, also pro, je nachdem wie viele Kölner es bringt So, juhu, jetzt lädt der endlich auf, richtig So Jetzt kann ich hier die Kabel wieder reintun? So, jetzt geht endlich mal das nächste Projekt an Lol, halt Solarpadelfabrik Materialien, ah ne, Grundmaterialien So Runterscrollen, weil das richtig viel ist So Oh, haben wir 80 Minimum Shots? 80 Nein, haben wir nicht Kann mal bald jemand Monster jagen? Ne, das ist, ähm, 4 Stacks und 1, äh, Gold, 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 oder? Wo steht da ein X hinter? What the fuck? Wieso wird das im Infect Jungle Booth? Jetzt hab ich vor mir Was? Ernsthaft Was denn? Ich bin so gemein Ah, ich hab ne 4 Stacks und 1 Gold, ok Nein, so viel Gold haben wir nicht David guckt zu, wie viel Werner Gold da durchgeht Alter, was machst du da? Ich stell zwar nur Gold her Was hast du eigentlich, hast du da was anderes hingesetzt, oder was hast du gemacht? Oh scheiße Sehr gut Wir haben wenig Tropenholz noch Ich hab letztes richtig viel gefarmt, ey Wenig, 201, Alter Eben waren auch über 1000 drin Wärts rausgenommen? Leinmal Ja genau, das weiß ich nicht Wo steh ich dann auch Nein Ich schlafe mal da oben Wo bin ich gerade? Keine Ahnung, Alter, was wollt ihr das machen? Du willst noch mehr Betten, am Montag? Alter, guck du mir wie steht im Bett So, ich bin hier Bin ganz oben, wie gesagt Lass mal jetzt schlafen Wär ein Bett hat Okay, ich hab viel Angst, ich geh nach ganz unten Obwohl dann fliegt dir mir Mongos aufm Kopf Komm, jetzt wach einfach Ich möchte da schlafen, David Weg! Nein, warte! Warte du, Saft Nein! Nein! Nein, du hast ja schlecht Ich kann die Helle gleich neu bauen Kann ich auch machen Bitte? Mama, keine Ahnung Ja, die Ahnung Ja, die Ahnung Doch, einfach beim Fallen Nichts Was aber keine Mama, weil du auf ein Labor kommst Nein, ich wollte gerade schreiben, liefst mir eine gute Nachtgeschichte vor Alter, warum hab ich nur... Wieso hab ich dann Bauder im Inventar? Lennart? Äh... Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Alter, was machst du hier? Ich mach hier neben Geschosse Aber ich zwei hoch, mach drei hoch Mindestens Doch Das wird zu jedem Doppelbett 1 Das wird zu jedem Doppelbett 1 Ach so, ja gut Aber nicht, aber im Allgemeinen mach bitte, äh... Zwei hoch Äh, drei hoch Alter Fuck Fuck Ich bin doch schon dein Sklave Ey, warum kommt das Wasser her, was auf meiner Tastatur ist? Das ist Spucke wahrscheinlich Nein Das ist echt nicht Das ist Sabber Das ist auch nicht Wichse Ja, mein, du bist ganz bestimmt Wichse Ja Und bei dir? Nein, dann wär's weiß Sicher Sicher Hehehe Haben wir hier noch Holz Äh... Äh... Müssten wir haben Haben wir aber nicht mehr Ein Stack müssten wir noch haben Haben wir aber nicht mehr Nein Das ist gar nicht erst die Mühe Wir sind so nicht so viele Betten im Inventar Hehehe Hehehe Carbon Ja, müsst ihr haben 6 davon Ya, so wie vor Dann wollen wir noch ein Energy Crystal Äh... Da haben wir noch ein Mandeln Und darüber kommt ein Auch zum Überdenken Ändertum auch was Höchstum Ja Ja Woher Ja, ich bin es morgen wo er noch genau zwei Glowstone überwärtig erstellt Julian fied mal auf Montag versteht du viel zu bieten die Tore da war mit die am irgendwie unlogisch die sich unlogisch der Name von Fiete bis heute oder Warum? Das ist schon, glaube ich. Äh, die, das, das Mod, also hier tackled und sowas, ist von irgendwelchen Typen gemacht, die das Modpack dann zusammengestellt haben. So, aber nicht von den Mod-Erstellern. Und, ähm, das andere ist von den Mod-Erstellern und die wollten nicht, dass, äh, sie haben das so genannt, weil, okay, der Name ist eigentlich doch unlogisch. Okay. Ich bin der Mongo. Was bist du? Hier ein Bett. Ich mache jetzt für jede Etage ein Bett. Deswegen muss ich auch nur, ja. Ja, klar. Diamant einer. Ja, aber gut. Äh, Wette mit dir hin und zehn. Wusstest du, die in Saudi-Arabien dürfen Frauen kein Auto fahren? Ja. Wusste ich. Aber Julian wusste das nicht. Ja, der ist auch dumm. Ich weiß nie, was lehrt, hallo? Ja. Wum hast du, wum mal, äh, egal. So. Oder. Essen. Wird so schön, David, ich sag's dir. Ja, warte, ich hole noch ein bisschen. David-Stern. Ha, ha. Ha, ha. Das ist ja ein. Scheiße. Was denn? Ich hab mich verbaut. Nein. Er hat sich verbaut. David, kannst du mir mal deine, ähm, Kettensäge geben? Ja, kann ich. Ja, die musst du aufladen. Warte, David, ich hab jetzt gleich, ich hab deine kleine Hose. Baut die schnell ab. Äh, nö. Schneller als ne Axt. Die ist ja fast Schrott, David. Äh, aufladen? Ja, ist so. Ach, so geht das. Ja. Oh, nice. Die läuft mit Strom, ja. Ja. David, möchtest du deine Quanten-Ummose haben? Ja. Warte, und ich... Äh, und ich habe sie. Kannst du in dem MFSU gekauft. Jo, von wegen, das dauert ewig, Lennart, ne? Aber ich hab immer lang gedauert. Ja, ich hätte jetzt schon die meisten Sachen zum Herstellen. Äh, wozu? Das und dann das. Was? Nein, nein, lass, 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 lass. Ich lass ja, aber wozu? Das sind Betten. Das wird mein Haus. Sollt ihr vielleicht ein bisschen ausleuchten? Ey, soll ich dir helfen? Ja. Ich leuchte mal aus. Äh, äh, warte, warte, warte. Ich krieg die Mut... Kettensäge aber nicht wieder. Ausleuchten und... Äh... Das hier wird dein Zimmer leer? Ja, das wird seins. Lenn, ich stelle dir mal ne einzelne Fackel in den Raum. Äh, Julian, deins wird eins da drunter. Ja, das ist das. Ja, und ich darf das 2 Uhr haben. Warum ist meins nur 2 hoch? Ich möcht 3 hoch. Ach, der unter mir braucht nur 1 hoch. 1 hoch. Da wohnt Christian. Ja, mach ich jetzt gleich einfach. Ich mach gleich den Boden von mir einfach 1. Ich brauche mir eine Hundehütte. Was? Ich brauche mir eine Hundehütte. Ich krieg ne Hundehütte, ja. Ja, okay, ja, ja, klar, klar. Kannste machen, kannst machen. Dann mach ich auch. 2,5,6 und 8, Eisen. Los, was mach ich die Hundehütte? Ah, ich weiß was. Marble. 4, 5... Mach ich mal einfach ein... Einfach Julio, eine ganze... Marble. Marble. Ja, Marble. 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 Hahaha. Cleanstone, 6, 6 und 4. Haben wir überhaupt einen Cleanstone? Ach, das ist so genau. Mutter. Alter, du stehst im Weg, Julian. Ja, warte. Ja. Du hast mir gesagt, ich soll nicht so nah dran stehen. Ja, aus Versehen gerade. Ich brauche das Zeug. Ich brauche das Zeug. Hahaha. Alter, wiegen die Brüche zu ewig? Wackenau. Ey, Julian, können wir auch Anni zocken? Ja, klar. Das hat einer der Zuschauer geschrieben. Das war auch Anni zocken. Anni, nicht Anni. Ach so, ich hab Anni verstanden. Sorry. 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 Anni zockt. Alter, 24, 6 und 48 Holzplanken. Alter 84, 6 und 48. Alter, ich weiß wo. Nein, 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 das wird mein Zimmer. Das wird auch dein Zimmer. Das wird auch dein Zimmer. Haben wir'n Gras noch? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 14, 14. 11 ich hab was vor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20 24 Stacks und Du übertreibst es nicht ein bisschen? Welch? Nein, nicht du. Übertreibst nie, David. Ich mein's ernst. Übertreibt immer. Das wird mein Zimmer, ja? Das soll übertreiben sein. Das wird es auch. Julian, haben wir Diamantblöcke? Ich möchte Diamantboden haben. Ja, genau. Okay, so weit wird's noch nicht Lennart. Ey, warum nicht? Warum nicht? Ich mach selbst nix, aber ich möchte, dass alles schneller geht. Warum ich bau doch die ganze Zeit? Du hast selbst gesagt, dass ich die ganze Zeit bauen soll. Ja, sollst du auch nicht, dass wir direkt alles parat haben? Lennart? Du weißt schon, dass die kein Licht kriegt, so wie die ist. Ja, mir ist auch egal. Kann ich einfach keine Energie für das Lagersystem noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Was? Alter, Lennart nicht wirklich, oder? Hast du grad... Hast du wirklich das Solapenl zugebaut? Läht, dann können wir... Wir kriegen keine... Jetzt können wir das Lagersystem gehen nicht mehr. Nein, ich hab mir... Danke, Julian. Was denn? Du hast mich auf ne Idee gebracht. Ich hab' mein Ding nicht mehr. Nein, ich brauch' gerade jetzt Holz, na toll. Ne, noch geht's, noch geht's. Dann gib mir Holz. Da, Julian, du guckst jetzt nicht, geh. Nein, ich will nicht gucken, ich brauche jetzt das Solapenl frei. Was funktioniert das? Ich hol mir mal auf. Das Solapenl funktioniert natürlich nicht. Ich weiß, wie ich's nenne. Ich nenn's Lennart Putze. Ich hab' auch schon einen Namen für mein Haus. Mein Haustal. Dein Haus ist dein Haus, Alter. Nein. Mein Haustal. Äh, siehst du gleich. Hm, da war das. Als, also als Eingang mach' ich noch nöt. Warte, wird das hier dein Haustal? Nein. Also doch, ja. Ja, aber dann, äh, dies, das hier muss frei. Das lass' ich offen. Ja gut, okay. Julian, kümmer dich um, um dein eigenes Volk. Ja, aber, sonst wird, äh, jetzt können wir nie wieder irgendwas aus dem Lager rausnehmen. Und ich glaub, du möchtest auch irgendwas irgendwann mal aus dem Lager haben. Nee. So. Äh, wo ich noch mal steht. Alter, das braucht so scheiße viel, das hat so viel, das hat so viel, das hat so viel braucht. 7-6 und 14. 7-6 und 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-6 und 14. Ganz viel Redstone. 7-6 und 14. Okay, 4 Stacks. 5 Stacks. Hier ist ne Quantumhose, die voll ist. Was? Ich hab' gesagt, hier ist ne fast volle Quantumhose, die liegt. Achso, ja, das ist Stingens, äh, von, äh, David. Was ist? Achso, ist das mal eine? Deine Quantumhose, ja. Ja. Ich freu' dich gleich. Ja, Redstone, dann Rubber, 10-6 und 8-30. Okay. Geht wohl die Apps. Warte, wie schnell er wieder produziert wird, ne? Das ist so Hammer. Ich will mal. Hä, wo ist die Hose? Das ist so Hammer. Das ist so Hammer. Das ist so Hammer. Das ist so Hammer. Nein, ist die nicht. Ja, dann hat Julian die aufgesammelt. Ja, hab ich. Warte, ganz kurz. Ja. Danke. Meine Hose. Endlich darf ich nicht mehr unten rum nackt rum. Unten rum nackt rum. Nein. So. Halleluja. Auch ein Glas. Der hat einfach mal so Halleluja in den Raum. Nein, ich hab mir grad mein Bauwerk angeguckt. Also mein, wie das aussehen wird. Und dann dachte ich mir so, heilige Scheiß, wird das geil. Wird die heilige Stätte des Länders. Krieg ich meine Kettensäge wieder? Nein. Geschenk kriegst du nicht mehr zurück. Nein, Spaß. Aber ich brauch die selbst. Ja, ich bin ja, ich bin ja gleich fertig. Ja, aber dann brauchst du die ja jetzt auch nicht. Ja, das ist jetzt 48, das ist dann 256 plus etwa 100. Das ist genial, David. Ach, bitte hier nicht zu. Das ist dann 36 mal 3. Das ist dann 36 mal 3. Und umgenutzt in der Eingang. Oh, ja, dann bau das mal hier. Na, mach ich. Ich bin ja nett. 36 mal 3. Hast du Mabel dabei? Ich. Ja, aber brauch ich selber. Okay. Ich weiß, das wird dann zu Kupfer. Ich frage ich ein Schild, wenn ich fertig bin. Wir haben noch Schilder, also muss keine Kraften. Das ist Mabel. Ich glaub nicht, er sich so viel bunt. Okay, dann riecht jetzt auch so. Und? Jo. So. Endlich haben wir mal einen MMFSU mit dem Dingens der. Bleu wer. Warum hab ich den Pfeil aufgesammelt? Warum hab ich den Pfeil aufgesammelt? Weiß jetzt jemand von euch? Ja, weil ich da einen hingeworfen war. So kennen wir den Lennart. So. Brauch ich noch. Äh, Komper. Pflastersteine. 11 Stacks und 58. Ach du Scheiße. Ist aber nicht toll. 12 Stacks und 58 hat etwa 12 Stacks. Heißt, ich brauche ich nicht mehr. 12 Stacks. Ein Stack. Okay, so viel weiß jetzt auch hier nicht. Mann, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Scheiße. 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 Ich muss ja noch aufnehmen. Was denn? Für die Farm LP. Die Farm LP. Okay. Jetzt ihre Werbung hier schalten. Nein, die LP-Farmen. Das laber ich, Alter. Lern kannst du deinen eigenen Zweitkanal nicht? Beziehungsweise, was ist das Zweitkanal? Das ist nicht mein Kanal, das Niklas-Kanal. Jaja, aber du weißt, was ich meine. Ist sozusagen dein Zweitkanal. Der ist voll erlaubt man eigentlich, weil der hat FIFA 14 gespielt und da läuft manchmal Musik halt im Hintergrund zu dem Spiel, also im Spiel die Musik und da ist Copyright drauf. Ehrlich jetzt? Ja, weil das richtige Lieder sind, also Prophet, also so, keine Ahnung. Das ist Peter, äh, das passiert manchen bei GTA auch. Weil da am Radio dann eine Musik klopft. Eigentlich ist jetzt ja ziemlich scheiße dort. Das kann man ja gar nicht richtig erzählen. Also schon, aber. Radio aufstellen. Das stimmt mal, wenn man mit dem Auto fährt. Ne, aber ich meine, bei FIFA, kann man das da, ja, da kann man auch ausstellen. Ja, da kann man Ton ausstellen. Bisher hat er nichts aufs Maul gekriegt. Auch die Wiese von ihm wird gesperrt, weil er vergessen hatte, das rauszunehmen. Na ehrlich jetzt?